In seiner Welt dreht sich vieles um diese stumpfe Waffe, das Florett. Mit ihr wurde Peter Joppich bereits viermal Einzelweltmeister. Es ist unheimlich schnell. Man braucht auf der einen Seite eine sehr gute Kondition, auch Schnelligkeit, aber auf der anderen Seite auch die mentale Stärke muss vorhanden sein. Das ist mein Sport. Ich habe viele Erfolge feiern können und ich habe einfach Spaß am Fisch. Schon früh hat der 29 Jahre alte Joppich seine Liebe zum Florett-Fechten entdeckt. Seit mehr als zehn Jahren gehört er zu den Besten der Welt. Ich arbeite jetzt schon viele Jahre mit ihm. Wenn dann ein Stoß nicht sitzt, dann stimmt ihm das sofort unzufrieden. Und das sind gute Indikatoren für einen Spitzensportler auf jeden Fall. Gewonnen hat Joppich fast alles. Nur eine olympische Medaille fehlt ihm noch. Zweimal war er schon dabei. Bis jetzt reichte es nur zu Platz 5 2008 in Peking. Ich starte sowohl im Einzel- als auch in der Mannschaft und habe natürlich dann auch so zwei Chancen auf eine Olympia-Medaille. Am Olympia-Stützpunkt in Bonn werden dafür mit seinem Trainer die Grundlagen gelegt. Nein, ich mache mir jetzt bestimmt keinen Druck. Deswegen ist es die Medaille, die noch fehlt. Und die ich auch noch gerne gewinnen würde. Und da werde ich auch alles dransetzen in London. Wenn man viermal Weltmeister ist, hat man bewiesen, dass man bei großen Turnieren vorne stehen kann. Das ist dem Peter jederzeit wieder zuzutrauen, dass er auch im Einzelnen Medaille holt. Dabei könnte ihm seine mentale Stärke helfen, die ihm in den knappen Gefechten oft den entscheidenden Vorteil bringt. Mit der Mannschaft ist eine Medaille sehr wahrscheinlich. Im Einzel wird es im K.O.-System in London auch auf die Tagesform ankommen. Peter Joppich könnte dort eine glänzende Karriere krönen.